Zahlt die Kasse für Hokuspokus? Wirkt Naturmedizin nur, wenn ich daran glaube? Oder springt man mit Naturmedizin ins kalte Wasser? Kann man eigentlich Migräne wegtanzen? Und hilft Auspowern gegen Burnout? Was hilft eigentlich am besten? Naturmedizin? Schulmedizin? Sind sie ein Team oder Gegner? 75 Prozent der Deutschen wünschen sich ein Miteinander von Natur- und Schulmedizin. Weil's hilft. Aber hilfreiche Behandlungsmethoden aus der Naturmedizin werden leider oft nicht erstattet. Wir wollen eine moderne Medizin, die das Beste aus beiden Welten verbindet. Hightech ebenso wie den reichhaltigen Schatz traditioneller naturmedizinischer Therapien. Du auch? Dann mach mit! www.weils-hilft.de